Hi Leute, ich melde mich heute zurück mit einem Kater. Wenn ich einen Kater habe, habe ich entweder so einen Tag, wo ich einfach den ganzen Tag im Bett liege, wie heute aber non-verbal bin, also kein einziges Wort sage, oder wie heute habe ich so viele Gedanken im Kopf, dass ich einfach das Gefühl habe, ich muss so drei Stunden lang am Stück reden, um alle Gedanken sortieren zu können, weil alles auf einmal im Kopf ist. Nicht, dass das sonst nicht so ist, ich habe eigentlich grundsätzlich immer 50.000 Gedanken auf einmal in meinem Kopf und kann die nie sortieren und wenn ich sie sortiere, sortiere ich sie immer in der falschen Ordnung. Hey, oh hey, whatever. Aber ich wollte euch ein kleines Live-Update geben, weil ihr euch vielleicht fragt, wo zum Teufel, in was für einem Bett liegst du? Und diese Frage stelle ich mich auch. Ich lag in so vielen Betten in den letzten Monaten und irgendwann ist es einfach gut. Ich bin umgezogen, ich wurde aus meinem Alpenhaus ja rausgeworfen, wegen Eigenbedarf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich hatte da so ein bisschen so Probleme, weil meine Eigentümerin war meine Nachbarin, aber ich wusste das nicht, als ich das Haus gemietet habe. Das kam erst im Nachhinein raus und diese Frau war highly, highly delusional und hat mich halt wirklich, also gestalkt und all sowas, also wirklich sehr unangenehm. Sie hatte manchmal Momente, wo sie voll nett war und dann hatte ich ein bisschen Mitleid mit ihr, aber 90 Prozent der Zeit hat die einfach weirde Sachen abgezogen und deshalb bin ich auch froh, am Ende des Tages aus dem Haus raus zu sein. Wenn ihr genauso gerne esst wie ich, aber manchmal einfach nicht die Zeit oder Lust habt, euch jeden Tag Gedanken über das Abendessen zu machen, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und die heißt HelloFresh. Inzwischen benutze ich HelloFresh seit mehreren Monaten und ich liebe einfach das Prinzip von frischen Zutaten und leckeren Rezepten direkt an meine Haustür geliefert zu bekommen. So könnt ihr stressfrei kochen und neue Gerichte ausprobieren, ohne in den Supermarkt rennen zu müssen und das allerbeste daran ist, dass es genau portioniert ist, also habt ihr keinen Abfall und kein Raten, wie viel man von was noch braucht oder nicht. Ihr bekommt alles, was ihr für eine leckere Mahlzeit braucht, mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung, also auch perfekt für Anfänger wie mich, aber auch für erfahrene Köche, die mal was Neues ausprobieren möchten. Und jetzt kommt das Beste, mit meinem Code könnt ihr noch richtig sparen. Gebt ihn einfach bei eurer Bestellung ein und erhaltet so eure Box nochmal vergünstigt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um HelloFresh auszubewählen und euch selbst davon zu überzeugen, wie einfach und lecker das Kochen mit HelloFresh sein kann. Klickt auf den Link in der Beschreibung, holt euch eure erste Box und genießt stressfreies Kochen und köstliche Gerichte ganz bequem bei euch zu Hause. Heute soll es mehr um meinen Kater gehen und ein bisschen so ein Live-Update, was die letzten Monate so los war, weil ich habe das Gefühl, ich habe euch nicht so wirklich abgeholt. Ich habe immer ein bisschen gefilmt, aber ich habe das Gefühl, im Sommer passiert mein Leben so schnell und so viel passiert, dass ich selber gar nicht schnalle, was überhaupt passiert. Wisst ihr, das ist so wie so ein Schnellzug, der einfach bei 300 kmh die ganze Zeit gerade ausfällt, gerade ausfällt, gerade ausfällt und ich bekomme gar nichts mehr mit und bin irgendwie nur so auf Autopilot, obwohl ich so mega, mega coole Sachen erlebe, aber irgendwie, ja, bekomme ich es einfach gar nicht richtig mit. Und wenn ich dann so einen Kater wie heute habe, wo ich erstmal reflektiere, denke ich mir so, holy fuck, okay, krass, es ist echt sau viel passiert. Und worüber ich heute reden will, ist wieder mein Single-Leben, weil viele sich immer Updates wünschen und ich finde es auch voll interessant, so meinen eigenen Heilungsprozess ein bisschen zu reflektieren. Ihr wisst, ich liebe es zu reflektieren. Oh, und bevor ich anfange, ich bin obszest momentan mit Kokoswasser. Alles, was ich trinken möchte, ist Kokoswasser, vor allem das von Vita Coco. Und mein absolutes Lieblings ist Fountain of Youth, aber das ist leider sehr teuer und gibt es nicht überall. Und Cranberry-Saft, Cranberry-Saft ist so geil. Also, Stand dato, es ist Juli. Ne, es ist nicht Juli, es ist Ende August, es ist fast September. Mir geht es gut. Ich bin über den Heartbreak weg, also ich vermisse die Person nicht mehr. Was ich aber merke ist, ich vermisse Momente. Das hört sich jetzt voll dramatisch an. Aber ich meine, es ist dramatisch, aber auch nicht dramatisch. Natürlich findet man nicht dieselbe Liebe nochmal. Das wäre auch grauenvoll, wenn wir das finden würden. Das würde ich auch nicht wollen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, als wäre das so eine One-of-a-kind-Liebe gewesen, die mir, weil diese Liebe mir so viele Dinge im Leben gezeigt hat und geöffnet hat und neue Perspektiven gezeigt hat. Und ich das erste Mal in meinem Leben mich so gefühlt habe, als würde mich jemand lieben, unabhängig davon, was mein Status ist, was mein Aussehen ist. Und es hatte weniger mit dieser sexuellen Anziehung zu tun und mehr mit einer geistlichen, das ist nicht das richtige Wort, aber mehr so mit emotional und einfach so soul-partnermäßig. Und ich glaube, dass das zu, diese Verbindung aufzuheben, ist viel, viel schwieriger als eine sexuelle Verbindung, weil die viel tiefer ist und die ist viel, Leute, ich habe so viel gelacht in dieser Beziehung. Wenn es gut war, dann war es so gut. Und wenn es scheiße war, dann war es so scheiße. Ich glaube, ich werde sowas nie wiederfinden und das macht mich dann ein bisschen traurig. Und dann bin ich wieder so, I'm fine though, like, I'm really good. Aber manchmal habe ich so kurze Momente. Und ich weiß gar nicht, warum, weil ganz rational gesehen weiß ich, dass ich natürlich auch weiterhin Liebe im Leben finden werde und noch eine ganz andere und noch krassere Form von Liebe hoffentlich kennenlernen werde. Aber jetzt gerade, weil das, glaube ich, das höchste Maß an Liebe ist, was ich je gespürt habe, ist das halt mein Maßstab. Und genau, that's a hard one. That's a hard one. Dann daten allgemein. Also, Leute. Wer hat sich das Datingleben ausgedacht? Und warum, warum ist die Scheiße so unnötig, nervig und kompliziert? Ich habe einfach keinen Bock mehr zu daten, Leute. Ich sage euch, ich bin, I'm good. I'm good. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, nee, ich brauche es nicht mehr. Ich habe Online-Dating versucht. Ich habe In-Person-Dating versucht. Und ich denke mir so, ja, ist alles nett, ist alles schön, aber bitte halt dein Maul. Und ich meine das gar nicht böse, weil ich habe so tolle Dates gehabt und wirklich so tolle Menschen kennengelernt, die ich alle voll mag. Aber ich bin, ich bin so, ich denke mir einfach so, halt dein Maul. Ohne, ohne, dass die Person irgendwas Falsches gesagt hat. Die Person macht alles richtig. Aber ich mag einfach, ich bin so, nee. Ich glaube, dieses ganze Hard-to-get und, oh, die Person hat mir jetzt eine Stunde nicht geschrieben, dann schreibe ich zwei Stunden nicht zurück. Und immer dieses, man lässt so Leute nicht wissen, woran sie sind, um irgendwie so Hard-to-get sein. Boah, die Scheiße, das geht mir so auf den Keks, Alter. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich denke mir so, also, wenn ich mich verlieben möchte, dann möchte ich doch nicht jemanden darum betteln müssen, mich zu lieben, sondern ich will, dass es einfach funktioniert. Und das denke ich mir die ganze Zeit, weil ich bin ein Mensch, so Lovebombing klappt bei mir leider sehr gut, weil ich mir denke, ja, die Person sollte so obsessed mit mir sein. Das ist komplett normal. Und wenn das jemand nicht macht, dann hinterfrage ich das eher, warum die Person das nicht macht und wie die Person nicht schon obsessed mit mir sein kann. Also das hinterfrage ich dann. Dann bin ich so, hä, okay, clearly hast du keinerlei Interesse an mir. Weil du mich nicht zu Tode lovebomst und mir nicht nach dem zweiten Date sagst, ich liebe dich. Auch wenn ich weiß, dass es falsch ist. Ich sage nicht, dass es eine gesunde Einstellung ist, aber ich bin leider so und ich brauche das. Ich brauche, dass man sofort von der ersten Sekunde andenkt, oh my God, das ist die Liebe meines Lebens. Weil ich verliebe mich so schnell und das ist mein Problem. Ich verliebe mich so schnell. Ich habe aber auch gerade das Gefühl, dass sich das ein bisschen ändert und dass ich aber in das andere Extrem gehe und sage, ich verliebe mich nie wieder. Nie wieder mache ich das. Nicht, weil ich irgendwie jetzt krass verletzt würde, sondern einfach, weil ich merke, ich habe einfach keinen Bock. Ich habe keinen Bock, Leute. Dieses emotionale, ich lasse mich davon so krass einnehmen, und ich denke mir so, das ist es mir nicht wert. Ich bin echt happy mit mir selbst und ich bin auch voll okay, alleine zu sein. Dann bin ich lieber alleine. Dann bin ich lieber alleine, als irgendwie Herzschmerz zu haben, den ich mir selbst auferlege, weil ich irgendwie nicht hard to get war oder weil ich zu ehrlich war oder zu direkt war. Und manchmal falle ich dann auch selbst in diese Spiegel rein und ich denke mir so, warum mache ich das? Warum mache ich das? Und auch dieses ganze Situation-Ship, don't get me fucking started on that, Situation-Ships sind der größte Müll. Ich verstehe, dass Leute es langsam angehen wollen, aber what the fuck, come on. Warum musst du mit jemandem so spielen? Warum kannst du nicht einfach ehrlich sein? Halt's Maul, bitte geh woanders hin. Wenn ich jemanden kennenlerne, ich lasse mir bis drei Monate Zeit. Okay? Wenn ich nach drei Monaten nicht verliebt bin, I'm out. Weil ich will nicht deine Zeit verschwenden und ich will nicht meine Zeit verschwenden. Und klar, manchmal verliebt man sich später und manchmal braucht man auch so einen Slowburn. Nicht für mich. Ich weiß nach dem zweiten Date, ich weiß nach dem ersten Date, ich weiß nach den ersten fünf Minuten, ob ich mich in dich verlieben kann oder nicht und ich weiß, ob ich mich in dich verlieben werde oder nicht. Und ich habe dieses langsam angehen versucht und es funktioniert für mich einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das falsch ist, ob ich mir dann denken müsste, vielleicht ist das etwas, woran ich arbeiten muss, aber gleichzeitig glaube ich nicht, weil ich glaube, es gibt einfach verschiedene Typen. Ich glaube, es gibt Menschen, für die das funktioniert, die auch so Situationships aussitzen können und dann sagen können, okay, ich warte jetzt und die Person wird dann irgendwie zu sich finden und zu mir finden. Aber für mich ist es einfach so, wenn die Person mich nicht von Anfang an will, warum sollte sie mich dann später irgendwann wollen? Also klar, man muss sich natürlich ein bisschen kennenlernen und so, da sei ja auch nichts gegen, aber come on, so ich glaube, man weiß jetzt instinktiv eigentlich schon, ob das eine Person ist, mit der man zusammen sein kann oder nicht. Und dann so eine Person so lange hinzuhalten, finde ich irgendwie einfach so dreist. Weil warum macht man das? Warum? Man verschwindet seine eigene Zeit. Deine eigene kostbare Zeit verschwindest du da. Du beißt dir selbst in den Arsch. Das war, weil ich denke mir einfach so, nee, ich glaube, ich bin gerade in der Phase, wo ich einfach unbothered bin und wo ich mit mir selbst zum ersten Mal in meinem Leben richtig fein bin und wo ich mir selbst so viel Liebe geben kann, dass ich auch merke, okay, ich habe einfach Standards und ich habe auch einfach so gewisse Dinge, die für mich erfüllt sein müssen. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann bin ich out und ich werde keine Person zwingen, mich zu lieben. Das schlimmste Gefühl, wenn ich mir denke, und das denke ich mir so oft, wenn ich irgendwie, also das denke ich mir nicht oft, aber das denke ich mir manchmal so, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mir denke, krass, ich habe gerade das Gefühl, dass ich für diese Aufmerksamkeit von der Person betteln muss. Wenn ich später mal Familie habe, werde ich sicherlich nicht erzählen, dass ich für die Aufmerksamkeit von deren Vater betteln musste. Ah ah, I'm not gonna do that. So, ich bin nicht eitel oder so, aber I'm not gonna do that. Das ist was, wofür ich nicht betteln werde. Entweder es kommt natürlich oder es kommt gar nicht. Aber irgendwas erzwingen, no thank you, I'm good. Bye, bye, bye. Und früher habe ich alles persönlich genommen. Früher, vor zwei Wochen, vor fünf Tagen, gestern, habe ich alles persönlich genommen. Ich dachte, okay, wenn die Person mich nicht mag, dann hat das wahrscheinlich was mit mir zu tun. Oder wenn die Person sich nicht in mich verlieben kann, hat das wahrscheinlich was mit mir zu tun. Es war immer ich, ich, ich. Und dann dachte ich mir aber irgendwann so, vielleicht hat es auch einfach nichts mit mir zu tun. Vielleicht ist es wirklich einfach, dass ich vielleicht auch gar nicht so ein großes Interesse habe und es einfach nur erzwingen möchte, weil ich mir denke, okay, das muss jetzt so sein. Oder vielleicht ist es auch einfach die andere Person und die hat irgendwas, was gar nichts mit mir zu tun hat und weshalb ich es auch nicht auf mich projizieren sollte. So, die richtige Person wird euch das richtige Gefühl geben und nicht ein Gefühl geben von, ist das jetzt das Richtige? Ist es ja, ist es nein? Bin ich hier an der richtigen Stelle? Ist das zu viel, ist das zu wenig? Ah, ah, die richtige Person wird euch nicht so fühlen lassen. Die richtige Person wird euch ruhig fühlen lassen, wird euch gut fühlen lassen und sicher. Und nicht irgendwie ängstlich oder verunsichert. None of that. Und das machen wir nicht mehr. Versprecht mir, dass ihr das nicht macht. Wenn ihr euch, wenn ihr einen Typen datet, klar, in der Anfangsphase kann man manchmal ein bisschen schüchtern sein. Schüchtern ist was anderes als verunsichert sein. Schüchtern oder zurückhaltend, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ihr verunsichert seid und merkt, okay, ich kann einfach nicht verstehen, wo ich ran bin, go, leave. Und wenn die Person kommt, okay, vielleicht gibt das euch ein bisschen mehr Clarity, aber hängt da nicht zwischen den Seilen und seid nicht so, oh ja, nein, vielleicht, ich warte es ab. Ah, ah, tut euch den Gefallen und geht. Weil die richtige Person wird euch das richtige Gefühl vermitteln. That's on God. Team Bryce, y'all. Ansonsten freue ich mich einfach mal wieder ein bisschen mehr Routine zu haben und jetzt einfach wieder mehr zu Hause zu sein. Ich liebe die Idee von einem routinierten Leben, aber leider ist mein Leben überhaupt nicht routiniert und jedes Mal, wenn ich Routine habe, hasse ich sie. Wisst ihr, seht ihr, was da passiert? Und die letzte Woche über habe ich aber gemerkt, in diesem Haus fühlt es sich an, als könnte ich zum ersten Mal Routine in meinem Leben etablieren, die ich wirklich lieben würde. Also ich möchte routiniert sein plötzlich und ich will das alles. Und ich will mich um die ganzen kleinen Dinge kümmern. Vielleicht ist das meine Frontal Lobe, die endlich fully developed, die mir jetzt sagt, krass, du kannst auch einfach mal zu Hause bleiben und nicht vor deinem Problem wegrennen. Ich renne nicht mal so sehr von meinem Problem weg, aber ich mache das immer noch so oft, dass ich manchmal mir einfach denke, okay, bye bye, fully going avoidant now. Ein Extrem oder das andere. Entweder bin ich all in oder ich bin all out und dann bin ich all out. Und wenn ich einmal all out bin, ist dieses wieder reinkommen so schwer. Und ich glaube, während des Sommers ist es normal, dass man so seine Routine ein bisschen vernachlässigt und einfach lebt und den Sommer genießt. Das ist ja auch voll schön und das soll ja auch so sein, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich merke, bei mir ist es jetzt eigentlich schon seit dem März, dass ich so nicht mehr richtig Routine habe, dass ich einfach belanglos viel shoppe. Warum gehe ich shoppen? Ich habe genug Klamotten, ich habe genug Dinge, ich muss nicht mehr Geld ausgeben. So I'm really good, Babes. Chill und spar endlich mal. Du willst nicht wie Carrie Bradshaw mit Mitte 30 enden. Vielleicht will ich so enden. Weiß ich nicht. Aber ich wäre lieber eine Charlotte oder Samantha. Ich wäre lieber Samantha, sind wir ehrlich. Manchmal merke ich so, wie ich meine Männer mit Carries Partnern vergleiche. Ich bin dann so, hm, der ist ein bisschen wie Aiden. Hm, das ist definitiv mein Mr. Big. Und ich glaube, ich habe die Theorie, dass jede Frau oder jede Person hat einen Mr. Big. Und das ist diese Toxic Red Flag an Mann oder Frau, wie auch immer, aber diese Toxic Red Flag Person, die man nicht loslassen kann, obwohl man weiß, sie ist nicht gut für einen. Aber man hat immer noch diese Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann was wird, weil sie irgendwie so eine Utopie für einen ist. Isn't that great? Isn't that fucking great, guys? Ich frage mich, ob ich jemals wieder Bock auf Daten habe oder ob das jetzt einfach mein Für-immer-Ist-Zustand ist, dass ich einfach sage, ich hasse Daten. Weil ich hasse es nicht, aber ich hasse es schon. Weil ich denke mir so, wie oft kann ich noch Smalltalk halten? Wie oft kann ich noch fragen, was deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsessen ist? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann nicht hören, dass dein Lieblingsfilm Interstellar ist und ich kann nicht hören, dass dein Lieblingsessen Pizza ist. Ich kann es nicht mehr hören. Wisst ihr, wie oft ich das in den letzten drei Monaten gehört habe? I'm tired. Denkt euch was anderes aus. Interstellar ist zwar auch einer meiner liebsten Filme, aber poppt den auf Platz zwei oder drei, nicht eins. Und Wolf of Wall Street ist genauso wenig in Platz eins Lieblingsfilms. Tut mir leid an alle Männer da draußen. Boah, ich bin müde. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr hatte ich ein richtig gutes Glow-Up. Also ich muss sagen, jetzt gerade finde ich, sehe ich so gut aus, wie ich noch nie aussah. Das hat auch damit zu tun, dass ich ein bisschen abgenommen habe, glaube ich. And I love being skinny. Ich weiß, das ist richtig problematisch, was ich jetzt sagen werde, okay. Aber nothing tastes as good as skinny feels. Und ich weiß, man kann mich dafür haten, vor allem mit meiner Vergangenheit. I get it. So Leute, ich sage nicht, dass ihr skinny sein müsst. Ihr seid alle wunderschön. Ich rede für mich selbst und ich finde, mein Körper sieht am besten aus, wenn ich skinny bin, weil ich einfach klein bin und zierlich. Und deshalb sehe ich am besten aus, wenn ich skinny bin und ich fühle mich am besten, wenn ich skinny bin und wenn mich um meinen Körper sorge. Nicht unbedingt skinny, aber wenn ich mich um meinen Körper kümmere und wenn ich Bewegung habe und wenn ich Dinge habe, wo ich weiß, okay, das tut meinem Kopf gut und das tut meinem Körper gut durch Bewegung. Und ich habe aber auch die Theorie, dass es diese Zwei-Jahres-Theorie gibt, wo man einen Sommer richtig amazing fucking hot upgradet für einen selbst und man hat den Glow-Up des Jahres und das Jahr darauf hat man einen schlechten Sommer und dann hat man wieder einen guten. Es muss immer ein schlechter Sommer erfolgen. Und das ist meistens, wenn ich mir ein Pony schneide oder meine Haare färbe, obwohl ich weiß, dass ich es zutiefst bereuen werde, wie letztes Jahr, wo ich beides getan habe, wo ich meine Haare dunkler getönt habe und ein Pony gemacht habe, einfach, weil ich dachte, why not? Und ich habe es so sehr bereut, Leute. So sehr bereut. Nie wieder werde ich mir ein Pony schneiden. Nie wieder. Ihr müsst mich davon abhalten. Bitte. Ich bin kein Pony-Mensch und ich werde es nicht werden. Und ich will es nicht werden. Außer ich sehe aus wie Michi aus Lönneberger. Wisst ihr, was mich auch aufregt? Leute, die mit ihren Augen zureden. Leute, die reden und dann die Augen zumachen beim Erklären. Also quasi so, ich mache das kurz mal vor, ich bin ungeschminkt, sorry. Wow, Jumpscare. Ja, und dann bin ich gestern in den Park gegangen und es war so schön und dann bin ich da hingegangen und da waren so viele Menschen und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber es war einfach wunderschön und ich hoffe, dir geht es gut. Und ich denke mir so, okay, ähm, wo ist das? Aber die Augen länger als drei Sekunden zuzumachen, während man redet, that's kind of choice. That's the choice right there, die ich nicht supporten möchte. Das irritiert mich. Ich bin so, schläfst du gerade ein? Hallo, hallo, ich bin hier, wo guckst du hin? So, ich verstehe es, weil wir ein unangenehmes Augenkontakt machen, vor allem, weil wenn Leute Geschichten erzählen, halte ich leider sehr krassen Augenkontakt. Ich bin ungefähr so die ganze Zeit. Aha, 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 aha. Ich bin auch so eine sehr aktive Zuhörerin. Aber ich denke mir so, nicht die Augen zu machen, schläf nicht ein. Ich bin hier. Wo guckst du hin? Babes, I'm like right here. Hey. Rum machen. Rum machen ist mein neues Ding. Ich liebe eine gute Make-out-Session. Danach muss man nicht mal Sex haben, sondern einfach nur so rum machen, passitioniert. Ich hatte mit einem Typen so rum gemacht und es war heiß und wir waren beide verschwitzt und waren so ineinander. Oh, das war so gut, Leute. Und dann, wisst ihr, was dann passiert ist? Oh, das ist auch so eine Story, warum meine Nachbarin einfach crazy war. Also, ich hatte so ein Date mit dem Typen und wir haben so gesagt, wir können nicht miteinander schlafen, weil wir noch nicht richtig kommunizieren können. Wir wissen nicht, wie wir miteinander kommunizieren, deshalb können wir nur rum machen. Und dann haben wir so passioniert rum gemacht, okay, so richtig fast einander aufgeessen. Und ich war so, oh, das ist keine Hot, das ist really good. Und ich war so, oh ja, okay. Und dann wurde uns aber so heiß, wir waren verschwitzt und wir waren so, okay, lass uns kurz ins Meer. Und dann sind wir schwimmen gegangen und dann ist der Tag so beigegangen und dann sind wir abends zurückgekommen, es war so elf und ich habe in einer Sackgasse gewohnt und mein Haus war auf der rechten Seite und auf der linken Seite hat halt quasi diese alte Dame gewohnt, die dann direkt immer auf mein Haus und Garten gucken konnte, was ein bisschen weird war. Er ist quasi in die Sackgasse reingefahren, um mich kurz abzusetzen und wir haben halt so, er hat das Auto einfach kurz angelassen, weil ich wäre ja sofort ausgestiegen und dann haben wir nur kurz rum gemacht, um uns zu verabschieden, also haben uns so geküsst und haben halt so ein bisschen passioniert geküsst und dann habe ich ihn so ein bisschen zwischen die Beine, so meine Hand dahin gemacht. Und kennt ihr das, wenn ihr merkt, dass irgendwas in eurem Nacken ist und auf einmal war es wirklich so, er guckt so hoch und erschreckt sich voll und ich so, oh okay, war es jetzt zu viel oder so, keine Ahnung. Normalerweise, ich meine, es passiert schon manchmal schnell, aber so schnell und dann stand einfach die alte Frau um 23 Uhr so dicht an meinem Fenster, ja, also ihre Nase hat das Fenster berührt und hat reingeguckt und einfach nur gestarrt, nichts gesagt, einfach nur gestarrt, wie ich mit dem darum mache, meine Hand auf seiner Hose, an seinem Dick und ich denke mir so, jo moin, also was ist das denn hier, kannst du dich einfach mal verpissen bitte? Wahnsinn, hört doch einfach auf, so komisch zu sein. Es wäre vollfallen, wenn wir einfach nochmal reden würden, aber du musst komisch sein und I don't get why, weil ich versuche immer nett zu sein. Es ist nicht so, als hätte ich ihr gesagt, hätte ich sie irgendwie beleidigt oder so, sondern ich war immer nett, ich habe immer hallo gesagt, aber scheinbar habe ich nicht genug mit ihr geredet und deshalb hat sie angefangen, mich zu haten. Also kann man es denn niemandem recht machen? Ich bin eine Frau, ich kann es sowieso niemandem recht machen. Das waren meine Japs-Session für heute, ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon geredet habe, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, hat null Sinn ergeben, meine Videos sind aber auch nicht strukturiert und meine Videos sind auch nur hier für die Unterhaltung. Gewisse Männer sagen, dass meine Videoinhaltslos sind und dann hinterfrage ich aber den Content, die die schauen. Ich bin auch ein bisschen in meiner Männer-Hasse-Ära, muss man einfach sagen. Like, I'm a hater. I'm a hater for men at the moment und nothing can change that. Vielleicht bin ich einfach in meiner Ich-Hasse-Männer-Ära, meine Reputation-Ära, wie Taylor Swift sagen würde. Ich-Hasse-Ära, Vielen Dank.